Stell dir vor, du hättest einen persönlichen Assistenten, der all deine Termine und Aufgaben gemeinsam für dich koordiniert. Genau das war das iPhone bisher nicht. Es gab die Kalender-App auf der einen und die Erinnerungen-App auf der anderen Seite und beide ignorierten sich so gut sie konnten. Aber mit iOS 18 hat sich das geändert, denn Apple hat endlich einige große Schwachstellen bei beiden Apps behoben. In diesem Video zeige ich dir alle Neuerungen, von den Kalenderansichten über die Verknüpfung von Erinnerungen im Kalender bis hin zu den neuen Features in der Erinnerungen-App selbst, damit du entscheiden kannst, ob du dem Zusammenspiel von Apple Kalender und Erinnerungen eine neue Chance gibst. Bevor wir loslegen, falls die Kalender- oder die Erinnerungen-App noch komplett neu für dich ist, dann empfehle ich dir zuerst meine Tutorial-Videos zu diesen Apps auf meinem Kanal anzusehen. Ich verlinke sie dir unten in der Beschreibung. Darin erlernst du alle Grundlagen, wie zum Beispiel das Einbinden verschiedener Kalender in der App oder das Anlegen intelligenter Erinnerungslisten. Hier soll es nur um die tatsächlich neuen Funktionen in den Apps gehen. Beginnen wir mit der Kalender-App. Auf den ersten Blick scheint sich in der Tagesansicht nicht viel verändert zu haben, aber schauen wir genauer hin. Apple hat hier neben der Standardansicht und der Listenansicht eine neue Darstellung namens Mehrtäglich eingeführt, mit der du ganz einfach die Termine von heute und morgen auf einen Blick sehen kannst. Und das Beste, du kannst von hier aus auch direkt in die nächsten Tage reinschauen. Eine echte Verbesserung gegenüber der Ansicht für nur einen Tag, wie ich finde. Aber die wirklich spannenden Neuerungen finden sich in der Monatsansicht. Hier hat Apple offenbar auf das Feedback der Nutzer gehört und die Struktur der Ansichten komplett neu gestaltet. Endliches Schluss mit den nichtssagenden grauen Punkten für jeden Tag, der mindestens einen Termin enthält. In der kompakten Ansicht erkennst du jetzt anhand der Länge dieser Striche, wie viele Termine an dem Tag eingetragen sind und die Farbe verrät dir, von welchem Kalender sie stammen. Aber, seien wir ehrlich, so richtig hilfreich ist das immer noch nicht. Etwas mehr Informationen bietet da die Ansicht gestapelt. Hier erkennst du den zeitlichen Ablauf der Termine und auch deren genaue Anzahl wird deutlich. An Tagen mit mehr als drei Terminen wird die Anzahl der weiteren Termine als kleine Zahl angezeigt, hier zum Beispiel plus drei oder plus fünf. Mehrtägige Termine werden jetzt mit einem durchgehenden Balken dargestellt. Eine kleine, aber feine Verbesserung. Aber was bisher immer noch fehlt, ist das Wichtigste, nämlich der Titel des Termins. Und genau den liefert endlich die neue Ansicht Details. Für mich ganz klar die beste Wahl. Hier siehst du nicht nur die Titel deiner Termine, sondern kannst die Ansicht auch mit den Fingern auseinanderziehen, um anstelle dieser Pluszahlen wirklich alle Termine auf einen Blick zu sehen. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Wenn du die Ansicht wieder zusammenziehst, dann wechselt die App nahtlos zwischen den verschiedenen Darstellungen, die wir eben gesehen haben. Das ist mal einfach genial designt. Bei der Jahresansicht hat sich nichts geändert und es ist leider nicht möglich, in die Monatsansicht ähnlich fließend rein zu zoomen wie eben. Dafür hat Apple aber einen groben Schnitzer in der Wochenansicht ausgebügelt, die du durch Drehen deines iPhones aufrufst. Statt nur vier Tage, wie in iOS 17, siehst du jetzt endlich die komplette Arbeitswoche von Montag bis Freitag auf einen Blick. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Highlight, nämlich den Erinnerungen, die jetzt endlich in die Kalender-App integriert sind. Das ging bisher nur mit Drittanbieter-Apps wie Fantastical. Dargestellt werden Erinnerungen als Kreise, die entweder ausgefüllt, das heißt erledigt, oder leer, also noch unerledigt sein können. Hat eine Erinnerung nur ein Datum, erscheint sie oben in der Zeile ganztägig. Erinnerungen mit einer zugeordneten Uhrzeit werden hingegen in der Zeitleiste des Kalenders angezeigt. Hier kann man sie meiner Meinung nach auch leicht übersehen. Ein guter Weg, das zu vermeiden, ist die vierte Monatsansicht namens Liste. Denn hier siehst du jetzt alle Termine und Erinnerungen des Tages einfach in ihrem zeitlichen Ablauf aufgelistet. Durch Tippen auf die Erinnerung siehst du zwar den Titel und bei Erinnerungen mit Uhrzeit auch die anderen Termine drumherum. Und ganz wichtig, du kannst die Erinnerungen hier auch als erledigt markieren oder den Status wieder auf offen stellen. Allerdings, Unteraufgaben und zusätzliche Infos wie Anhänge, Tags oder Priorität fehlen hier leider. Um wirklich alle Details zu sehen, musst du immer noch in die Erinnerungen-App wechseln. Das ist etwas schade, denn eigentlich kann die Kalender-App durchaus mit all diesen Infos umgehen. Das sehen wir bei der nächsten neuen Funktion. Du kannst jetzt Erinnerungen direkt in der Kalender-App erstellen. Dafür wählst du das Plus-Symbol und dann den Reiter Erinnerungen. Hier erstellst du deine neue Erinnerungen und kannst neben Titel, Datum und Uhrzeit über den Punkt Details auch direkt die zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Tags, Markierungen oder Priorität festlegen. Würde die Kalender-App diese Details jetzt auch noch anzeigen, könnten wir uns die Erinnerungen-App in Zukunft komplett sparen. Soweit sind wir leider noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dies das mittelfristige Ziel von Apple ist. Mein erklärtes Ziel ist es, dich immer auf dem Laufenden zu halten, was neue Tipps und Tricks für dein iPhone oder iPad angeht. Wenn du die Inhalte meiner Videos zusätzlich gerne in schriftlicher Form erhalten möchtest, um damit alles genau in deinem Tempo nachzuvollziehen, dann buche jetzt mein digitales Lernpaket. Damit bekommst du zu jedem meiner Videos ein PDF mit allen wichtigen Screenshots, sowie einen Link zur Plattform Vimeo, wo du das entsprechende Video komplett werbefrei sehen kannst. Schnell sein lohnt sich, denn nur bis zum Sonntag, den 22. September, kannst du 20% günstiger in das digitale Lernpaket einsteigen. Der Preis bleibt gleich, solange deine Mitgliedschaft läuft. Scanne einfach den QR-Code neben mir oder folge dem Link in der Beschreibung zu diesem Video, um mehr zu erfahren und dein iPhone optimal zu nutzen. Bevor wir nun zur Erinnerungen-App wechseln, noch zwei kurze Tipps. In der Kalender-App und dem Menüpunkt Kalender kannst du jetzt über einen Schieberegler festlegen, ob erledigte Erinnerungen ausgeblendet werden sollen. Das räumt den Kalender auf, wenn du viele Erinnerungen nutzt. Ja, und falls du Erinnerungen im Kalender grundsätzlich doof findest und sie gar nicht dort sehen willst, dann entfernst du etwas darüber einfach den Haken bei geplanten Erinnerungen. In der Erinnerungen-App selbst gibt es nur drei neue Funktionen. Die erste ist die neue Liste zuletzt gelöscht, in der deine gelöschten Erinnerungen 30 Tage lang aufbewahrt werden, bevor sie endgültig verschwinden. Außer du entscheidest dich dazu, sie wiederherzustellen, dazu tippst du auf sie und bestätigst die Rückfrage. Oder du kannst sie endgültig löschen durch Schieben nach links und löschen. Die zweite Veränderung betrifft die Unteraufgaben in Erinnerungen. Diese kannst du jetzt auch aus intelligenten Listen wie heute oder geplant heraus aufrufen. Bisher war an dieser Stelle nur ein nicht verlinkter grauer Text mit der Zahl der Unteraufgaben zu sehen. Wenig hilfreich. Jetzt kannst du sie durch Antippen aufrufen und sie werden dabei kurz hervorgehoben, damit du sie sofort siehst. Apple hat außerdem dem Listentyp Einkäufer ein Upgrade verpasst. Du kannst deine Einkaufslisten jetzt zweisprachig führen. Dein iPhone erkennt die eingetragenen Artikel dann ganz automatisch auf Deutsch und einer Fremdsprache deiner Wahl und ordnet sie den passenden Kategorien zu. Hier mal ein Beispiel mit deutschen und englischen Bezeichnungen. Tatsächlich wurden alle Artikel direkt den richtigen Abschnitten zugeordnet. Du aktivierst diese Funktion in den Einstellungen der Erinnerungen-App. Scrolle hier nach unten und gehe zu Kategorie Lebensmittel und Sprache hinzufügen. Wähle nun entweder fest deine zweite Sprache aus. Für weitere Sprachen musst du diese unter Sprache und Region zunächst hinzufügen. Oder du aktivierst Automatisch einstellen. Dann wählt dein iPhone basierend auf deiner Nutzung und deinem Standort eine passende zweite Sprache. Das könnte zum Beispiel im Urlaub durchaus hilfreich sein. Auch wenn es nicht sehr viele Änderungen sind, die Verbesserungen in der Kalender- und Erinnerungen-App mit iOS 18 machen sie deutlich nützlicher. Gerade wenn du bisher eine andere Kalender-App genutzt hast, weil die Erinnerungen oder eine vernünftige Monatsansicht gefehlt haben, ist es jetzt vielleicht die Gelegenheit, Apple Kalender eine neue Chance zu geben. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, ob die neuen Funktionen für dich ein Argument sind, die iOS-Kalender- und Erinnerungen-App zu nutzen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. In meiner iOS 18 Playlist findest du noch viele weitere Videos zu den neuen Funktionen der Apple Apps. In wenigen Tagen erscheint dort auch mein Video zur Notizen-App. Und da gibt es nun einige Features, mit denen wohl die wenigsten gerechnet hätten. Und da gibt es noch viele Videos zu den neuen Funktionen.